Herzlich willkommen an der Frankfurt University of Applied Sciences. Wir sind mitten in Frankfurt der internationalen Wirtschaftsmetropole im Herzen Europas. Ich bin Prof. Dr. Kirstin Zimmer, Studiengangsleiterin des dualen Studiengangs Luftverkehrsmanagement. Ich bin Sandra Reinsdorf, die Studiengangskoordinatorin. Als anwendungsorientierte Hochschule verbinden wir Theorie und Praxis, Forschung und Anwendung. Dies zeigt sich ganz besonders in der sehr engen Kooperation mit unseren großen Praxispartnern des Luftverkehrs, was diesen Studiengang so besonders macht. Wir freuen uns über das Interesse und stellen Ihnen nun unseren Studiengang vor. Viel Spaß dabei. Als dualer Student im Bereich Luftverkehrsmanagement gefällt mir gerade die Verzahnung aus Theorie und Praxis. Durch die BWL-Vorlesung mit den luftverkehrspezifischen Inhalten werden dabei spannende Themenblöcke behandelt. Dabei ist es egal, ob man bereits schon Erfahrung in der Branche hat oder auch gerade erst von der Schule gekommen ist, denn durch das Studium bereitet man sich ideal auf das zukünftige Berufsleben vor und erhält verschiedene Einblicke in spannende Bereiche. Als Leiter eines der größten Gepäckservices der Welt bin ich mit meinem Team verantwortlich, dass jedes Jahr 42 Millionen Gepäckstücke am Frankfurter Flughafen mit den Passagieren auf Reise gehen können. Durch das Studium habe ich einen ganzheitlichen Blick auf die Luftverkehrsbranche erhalten. Davon profitiere ich noch heute. Meine Bachelorarbeit habe ich im Airline-seitigen Vertrieb von Hale geschrieben und dort wurde ich auch nach Beendigung meines Studiums übernommen. Jetzt bin ich verantwortlich für den Vertriebsinnendienst und unter anderem zuständig für die Verträge mit unseren über 350 Partnerfluggesellschaften. Das Studium war die perfekte Vorbereitung auf meinen Job, da es viele spannende Praxisvorträge gab und es neben den Luftverkehrsmodulen, die einen Anteil von ca. 30 Prozent hatten, es viele spannende betriebswirtschaftliche Vorlesungen gab, in denen Problemfälle aus der Luftfahrt behandelt wurden. Durch die kleine Kursgröße des Studiengangs ist alles einfach viel familiärer. Die Dozenten können individuell auf die Fragen der Studierenden eingehen und organisatorische Angelegenheiten direkt mit dem Kurs klären. Zudem bietet die Uni die Möglichkeit an, ein Semester im Ausland zu studieren. So habe ich mich entschieden, das dritte Semester nach Seoul in Südkorea zu gehen und wurde sowohl während der Bewerbungsphase als auch bei den Vorbereitungen komplett unterstützt. In unseren betrieblichen Studienabschnitten haben wir dann die Möglichkeit, die Theorie aus der Hochschule in die Praxis umzusetzen. Dabei können wir in zahlreiche Abteilungen in unserem Unternehmen Einblicke erlangen und an aktuellen spannenden Themen mitwirken. Besonders ist dabei, dass wir für unsere administrativen Tätigkeiten von Anfang an Verantwortung übernehmen können. So können wir unsere Projekte und Aufgaben selbstständig vorantreiben. Neben der Arbeit haben wir außerdem die Möglichkeit, unser internes und externes Netzwerk aufzubauen und weiterzuentwickeln. Wir arbeiten sehr eng mit der Hochschule zusammen. Was ich super finde, wir arbeiten auch mit den Praxisunternehmen und der Hochschule an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Studiums. So ist es möglich, dass auch das theoretische Wissen direkt in die Praxis angewandt wird. Unsere Studierenden erhalten in unserem Hause von Beginn an eigene Projekte. Sie zeichnen sich aus durch eine hohe Eigenmotivation und durch eine sehr starke Lernkurve. Frankfurt ist für mich die perfekte Studentenstadt. Sie bietet einem zahlreiche Möglichkeiten, seine Freizeit zusammen mit Kommilitonen zu verbringen. Sei es zum gemeinsamen Kaffeetrinken im Nordend, zum Campus-Sport oder zum Shoppen in der Zeil. Freunde findet man in der fremden Stadt immer, besonders beim Picknicken am Mainufer beim Sonnenuntergang. Sie sind bereit, sich den Herausforderungen des Luftverkehrs zu stellen und gemeinsam mit uns den Wandel der Zeit aktiv und nachhaltig zu gestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei einem unserer Kooperationspartner und starten Sie in Ihre berufliche Zukunft. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017